Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Unravel, ja. Wir kommen jetzt doch nicht hoch. Sehr lustig gemacht. Ich habe gerade ein Problem. Hm. Nee. Funktioniert nicht. Warum nicht? Man könnte ja meinen, dass es dann Ende ist, ne? Ich hab's. Noch ein bisschen höher. Und schwenken. 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 Super. Aber die Level werden auch definitiv alle ein bisschen schwerer. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich da rauf. Nein. Oh Mann. Du kommst dann dann auch nicht mehr hoch. Du kommst dann nicht mehr hoch. Und dann ist Ende. Da komm ich nicht hin. So schnell schnell schnell. Boah. Oh Allah. Nein. 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 Ich kämpfe. Ich kämpfe irgendwie. Ich weiß nicht wie ich kämpfe. Ich kämpfe gerade. Boah. Diese Mücken da. No. Nehmen wir mal ein Band. Dankeschön. Boah, also das Level hat es jetzt schon wieder richtig in sich. Ist mittlerweile nämlich einfach nur noch störend und ekelhaft hier gerade. Ach so, okay. Boah. Boah. Kann ich da runter gehen? Oh, nein, 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 nein. Nanananana! Jetzt hier hoch? Genau! So eine Brücke kann ich da nicht bauen! Nein, mach los, genau. Aber wir müssen uns schwenken. Wie soll ich mich denn da hoch schwenken? Wie soll ich mich denn da hoch schwenken? Wie soll ich mich denn da hoch schwenken? Das funktioniert so nicht. Und so funktioniert das auch nicht. Ich muss da auf jeden Fall hoch. Ah, okay. Bingo. Und nun? Ah, okay. Das runter schieben? Oh. Das hätte jetzt beinahe Bäume gemacht. Das hat jetzt nichts gebracht. Ich guck mal. Eventuell. Okay. Okay. Ich kann mich rüber schwingen. Okay. 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 Aha. So einfach. Okay. Jetzt kommen hier wieder die ganzen Mücken her. Boah. Irgendwas passiert? Oh. Ein Elch. Geil. Wie geil. Wie geil war das denn bitte, ey. hier. Okay. Hier komme ich so nicht hin. hier in der Erinnerung. Hier in der Erinnerung. Hier in der Erinnerung. Einmal bitte hier rumziehen. So, da unten ist auch noch direkt was. Das muss ich auch gleich nehmen. Nein, was soll das denn? Ach, wie komme ich denn da hin? Muss ich das irgendwie hier anders machen? Na, da komme ich aber nicht bis dahin. Doch, oho, oh Wunder. Nein, doch, das kriege ich noch. Jetzt aber. Sehr schön. Dann schauen muss man einfach nur wirklich gucken. Und wie das alles hier so abläuft. Ah, jetzt fängt es langsam wieder an schön zu werden. Ich bin sehr zufrieden. Ne, den kann ich nicht gebrauchen. Jetzt habe ich erstmal einen Baum kaputt gemacht. Oh, wir sind im Bärenmoor. Wir sind angekommen. Ach, wie schön. Ach, das ist echt so niedlich gemacht, ey. Sehr schön. Wir haben auch ein paar Erinnerungen freigeschaltet. Und ein paar Bilder, die können wir uns jetzt ansehen. Hatte ich schon mal aufgefallen, dass in dem Spiel überhaupt nicht gesprochen wird? Kann auch mal sehr schön sein, ne, die Geschichte einfach nur gezeigt zu bekommen, anstatt, dass sie einer erzählt. Also, Bärenmoor. Kann man wirklich wertschätzen, wie besonders oder schön etwas ist, wenn man nicht weiß, was es gekostet hat, es zu bekommen? Achso, wenn man nicht weiß, was es gekostet hat, es zu bekommen, wenn man nie dafür arbeiten musste? Das mit den Tropfen war schön. Ja, die Mücken, ja. Ja, mein kleiner Freund. So, die haben wir alle fertig. Oh, da oben kann man hoch und man kann da hinten hoch. Wir haben hier auch noch ein Bild. Bergwanderung. Wir kommen diesmal von oben. Dann laufen wir mal ein kleines Stück. Ja, wir sehen da schon jemanden, aber... Kann ich soweit schwingen? Nee. Ich sitze jetzt schon fest. Ah. Okay. Einfach nur mal ein bisschen schlauer angehen. Dann klappt das auch schon alles. Sieht bis jetzt noch ganz einfach aus. Und wir haben eine neue Erinnerung. Oh, der Schmetterling. Oh, jetzt sind wir in der Höhle. Na gut. Na gut, war doch keine lange Höhle. Wow. Äh, super schnell reagiert, würde ich mal sagen. Hm? Huh? Huchaller! Oh 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 Huchaller Ist das ein Meerschwánchen? Huchaller Habe ich mich vielleicht erschrocken gerade? Ja, da oben war noch ein Vogelhaus, aber hupala, oh oh. Ähm, wir haben da ein Problem. Wir gehen weg. Oho, das arme Ding, irgendwie tut es mir ja leid, ne? Oho! Das ist ein Schimschimschimschim! Oho! 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 Das muss das gehen. Könnte ich das hier hoch genau ziehen. Das klappt super. Ich lasse mal, diese Blumen sind für mich jetzt nicht wichtig. Ich muss immer rennen, 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 rennen. Aber diese Meer-Schweinchen habe ich... Oh, da ist es schon wieder. Scheiße. Ich muss mich immer gerade erschrocken. So schnell. Schnell, lauf, mein kleiner Freund. Oh, oh, wir sind tot. Scheiße, ich muss immer rennen, 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 rennen. Oh, nein! Komm, ich weiß, ich bin tot. Wow, das nenne ich mal knapp. Oh, wow. Okay. Ja, das hat wohl nicht funktioniert. Okay, nochmal. Ich versuche, muss man hier rüber. Mhm. Schmeißen wir mal den Eimer um. So, dann gehe ich mal jetzt hier wieder rüber. Ich gucke aber vorher nochmal, ob sich das lohnt, nach da zu gehen. Nö, lohnt sich nicht. Gut. Ah, scheiße. Aber, man könnte ihn als, äh, Treppen-Ding hier nehmen. Genau so. Wunderbar. Und dann gibt es noch mal den Eimer und Rücken. Aber dann ist ja auch für mich vielleicht noch mal versuche ich dir das. Nee, das ist auch für dich. Und dann haben wir noch ein paar Sachen zur Seite. Oh, nein. Und dann gehen wir nochmal an. Oh, nein. Oh, nein. Und dann gehen wir mal an. Oh, nein. Oh, nein. so das brauchen wir nämlich nicht das drehen schieben wir einfach mal nein 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 jetzt geh doch hoch das war so nicht geplant ja das funktioniert glaube ich so nicht ich glaube ich muss ich muss sterben weil die dose weg ist ja okay leute ich muss sowieso schluss machen ich sage tschüss bis zum nächsten mal